Ich will gar nichts sagen. Wieso, du bist doch ein maler Bürger, du kannst doch jetzt so kurz was sagen. Bitte. Der eine magst der andere nicht mehr. Ja, das ist aber kein Urteil. Ich muss ja mal, ja, offen sein. Ich muss ja mal einmal schön raus holen. Ja. Das ist ja jetzt mal eine besondere Aktion. Ja. Eine Aktion. Wir sind ja selbst auch Künstler, aber ich finde das total was Besonderes. Ja. Aus Kunstbezeichnung, oder wie heißt das wirklich? Aus Kunstbezeichnung, das ist halt was anderes. Waren jetzt schon in den Bürger hier, die, wie du gesagt hast, angekündigt haben? Ja. Ja. Jetzt wird ein Rembrandt übermalt. Ja, warum nicht? Machen wir aus dem Rembrandt jetzt mal, äh... Ein echter Ein echter masculine Rembrandt wird das jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.